Der Vorstand der Plansee Holding AG setzt sich ab 1. Juli 2020 neu zusammen. Bernhard Schretter geht auf eigenen Wunsch in den Ruhestand. 34 Jahre ist er für die Plansee Group tätig gewesen. Davon sieben Jahre in China und in den USA. Ihm folgt Wolfgang Köck nach. Köck arbeitet seit 32 Jahren für den Unternehmensbereich Plansee Hochleistungswerkstoffe. Davon viele Jahre als Geschäftsführer und Divisionsvorstand. Gemeinsam mit Karl-Heinz Wex bildet er den neuen Vorstand. Wex selbst ist bereits seit 19 Jahren Mitglied des Vorstands. Ab 1. Juli wird er zum Sprecher des Gremiums.